Wenn das Verbrechen an einem ganzen Volk auch nach 100 Jahren noch für politischen Streit sorgt, dann leidet darunter vor allem die historische Wahrheit. War die Deportation und Vernichtung von bis zu 1,5 Millionen Armeniern vor 100 Jahren ein Völkermord? Die Türkei weist dies ja bis heute strikt zurück. Der Deutsche Bundestag allerdings hat dieses Verbrechen heute nun in einer Resolution genauso beim Namen genannt. Ein Völkermord begangen vom damaligen Osmanischen Reich und toleriert vom damaligen Deutschen Kaiserreich. Auch für die Armenier im Land heute ein lange ersehntes Signal, wie Dagmar Seitzer berichtet. Der Pfarrer der armenischen Gemeinde Baden-Württemberg ist tief bewegt. Die Tränen fließen, als die Abgeordneten des Deutschen Bundestages die Resolution mit nur einer Gegenstimme und einer Enthaltung annehmen. Pfarrer Sardayan hatte noch vor zwei Tagen an alle Mitglieder des Deutschen Bundestages geschrieben und gebeten, im Text der Resolution die klare und direkte Rede vom Völkermord zu verwenden. In der Bundestagsresolution findet sich jetzt die Passage und Cem Özdemir formuliert im Sinne des armenischen Gemeindepfarrers aus Göppingen. In dem wir den Völkermord anerkennen, die deutsche Mitverantwortung daran bekennen und die Aufarbeitung vorantreiben, möchten wir aber auch die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland mit türkischem Hintergrund die Möglichkeit geben, dass sie Antworten auf die Fragen finden, auf die sie in den türkischen Geschichtsbüchern sicherlich keine Antwort finden. Und ich weiß, da wovon ich spreche. Für Gemeindepfarrer Sardayan ist der Tag historisch. Für mich als Armenier beeindrucken die Worte der Versöhnung und die Anerkennung des Völkermordes von Herrn Özdemir zu hören, der auch leidenschaftlich dafür gekämpft hat, sich eingesetzt hat, dass man doch, also das, was wir wollen, ist die Versöhnung zwischen dieser Völker. Der hat das in einer herausragenden Art und Weise gemacht. Der Chef der türkischen Gemeinde in Baden-Württemberg sieht das ganz anders. Berlin inszeniere eine Politshow, viele Türken warteten eher auf die Aufarbeitung der NSU-Morde und anderer rassistischer Angriffe. Dass über solche Sachen in den deutschen Medien, in der deutschen Öffentlichkeit weniger diskutiert wird, aber in der Armenierfrage, die jetzt den Alltag den Türken in Deutschland eigentlich gar nicht so richtig betreffend so heftig diskutiert wird, teilweise bis Bösching, das belastet natürlich das Verhältnis zwischen Türken, Deutschland, Türken und Deutschland. Der Gemeindepfarrer aus Göppingen und der schwäbische Türke aus Urach versprechen sich in der Lobby des Deutschen Bundestags in die Hand hinein, dass Armenier, Deutsche und Türken Freundschaft verbinden werde. Der Bundestag nennt das Verbrechen an den Armeniern also eindeutig einen Völkermord. Und im Studio begrüße ich Landtagspräsidentin Muhtarem Aras von den Grünen, selbst mit türkischen oder genauer mit kurdischen Wurzeln. Frau Aras, die türkische Gemeinde spricht von einer Politshow. Wie sehen Sie selbst diese Resolution? Ich finde diese Resolution ehrlich gesagt wichtig und notwendig und ich finde es eine wichtige Geste gegenüber den Opfern und ihren Angehörigen und bedauere es außerordentlich, dass die türkische Gemeinde das als Politshow bezeichnet. Dafür ist es zu wichtig und zu heikel, als es so abzuwerten, wenn man sich genau mit dem Antrag und mit der Resolution auseinandersetzt. Dann ist der Antrag schon sehr dezidiert und ist auch verantwortungsvoll und es geht auch um die deutsche Mitverantwortung. Von dem her finde ich diesen Begriff ehrlich gesagt nicht zutreffend. Nun passiert das Ganze ja in einer Phase, in der die deutsch-türkischen Beziehungen eh angespannt sind. Haben Sie denn Verständnis für die Reaktion der Türkei, die ja sogar den Botschafter aus Berlin heute abgezogen hat, zurückgerufen hat? Ich bedauere diese Reaktion aus der Türkei. Ich finde Parlamente und vor allem jetzt Türkei und Deutschland sagen ja oft, dass sie gute freundschaftliche, partnerschaftliche Beziehungen haben und zu einer guten Partnerschaft gehört auch, dass man offen und konstruktiv miteinander umgeht. Insofern habe ich jetzt, ich verstehe zwar, dass sie damit Schwierigkeiten haben, aber ich glaube, es gehört einfach dazu, dass man auch Verantwortung für seine Vergangenheit übernimmt. Die türkische Regierung, die heutige Regierung ist ja nicht dafür verantwortlich, was vor 101 Jahren geschehen ist. Die Frage ist nur, wie mache ich Geschichtsaufbereitung und wie gehe ich in der Zukunft damit um? Und insofern relativiert sich mein Verständnis.